Du, ja genau, du willst so viel Geld haben, dass du deinen Kaffee mit Coins würzen kannst? Wolltest du schon immer mehr netto vom Brutto? So viel Swag. Lecker. Du brauchst mehr Swag in Sachen Mobilität. Du willst morgens mehr Auswahl an Accessoires. Du willst wissen, wie du deine Zielgruppe und deine Werbesponsoren richtig triggerst. Du hast keinen Bock mehr auf Political Correctness. Political Correctness? Nicht mit mir. Du willst hoch hinaus den Kapitalismus hacken für den größtmöglichen Erfolg? Ja, dazu musst du keine Bücher lesen. Damit du es nicht machen musst, lese ich sie für dich. Aber auch Bücher mit Gleichungen drin. Oder Bücher, die krass schwierige Inhalte haben. Auch Geopolitik sollte für dich kein Problem sein. Politische Bildung. Die krassen Insights und diepen Anlagestrategien teile ich natürlich exklusiv in meiner WhatsApp-Gruppe. Du willst an deinem Workout arbeiten? Oder mehr Skills mit den Sticks haben? Wie in diesem Film mit diesem krassen Anlageberater, der von Batman gespielt wird? Jeden Tag Zielen üben. Auf Katzenbabys. Aber auch gute Ernährungstipps. Gesund. Mit Ofengemüse. Oder auch Reis. Auch gesund. Aber ohne Kettenfett. Nicht so gesund. Der Boy ist auch schlau. Er liest krasse Bücher über Kapitalismus. Alpha ist für Anfänger. Heftige Symbole. Höhere Mathematik. Eta. Upsilon. Mu. Nü. Du hast keinen Bock mehr auf Kinderkram? Du willst Kaffee machen wie echte Erwachsene? Du willst Profi werden? Ernährungstipps. Kaffeetipps. Hardwaretipps. Kaffeetipps. Reinstecken. Umdrehen. Taste drücken. Geräuschabfahrten. Lecker, lecker, lecker. Auf jeden Fall. Kaufen und verkaufen. Du willst pumpen und gleichzeitig Kunden betrollen? Ja. Sicher, sicher, sicher. Ja, klar. Verstehen. Du brauchst besseren Fokus. All das und noch viel mehr gibt's nur exklusiv auf meinem Kanal. Werdet Platinum-Member, zieht's euch rein. Der Boy will nur euer Bestes. U.S. DASTE DASTE NO NO BWE Unfallat. Ç cetera jeep. Oh, nom 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 nom!